Was, 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 was geht noch mit dem Rainbow Sieg Lich Video und es geht an. Es geht an? Was für das? Also Leute, nochmal, was wegen den Abos. Die Abos haben letztens jetzt so echt verrückt gespielt. Ich hatte ja auf einmal 80, jetzt wieder 73 S League, wo ich auf einmal 75 hatte und danach auf einmal 80. Da habe ich mir schon gedacht, irgendwas stimmt nicht. Es hat sich sogar bestellt. Ein Zuschauer hat gesagt, du kleiner Hurensohn, du Noob kannst nicht spielen. Oder Noob, bist schlecht oder irgendetwas. Ist Unterfall im Moment im Kommentar. Also ja Leute und ich denke mir nur ja, der sagt, der abonniert dich. Ich denke mir nicht, okay, wenn er nicht 7 waren, also der die Abos auf 80 gepusht hat und mich abonniert, warum entabonniert er dann noch? Er entabonniert mich, okay, entabonniert mich, ja. Aber ich habe mir auch gesagt, egal, es kommen eh wieder neue Zuschauer und Abos. Dazu, ich brauche keinen Abonnenten, der sich 50 oder 10 Accounts mal und mich abonniert und nur mit nur, also nur ein Zuschauer indirekt ist. Also so gesagt, er ist nur mit einem, guckt nur mit einem Account, habe zwar 10 Abonnenten, aber die Aufrufe sind weniger dazu. Also, und das brauche ich jetzt ehrlich Leute nicht, deswegen, ja, lässt sich was sagen Leute. Egal, die Abos sind mir egal, die Abonnenten sind mir auch egal. Ich habe Spaß daran, einfach mal die Videos zu machen und die Kommentare sind nett und alles korrekte Leute. Kletchof Glanz Modabdekal wird auch nicht mehr Leute kommen, 24 Stunden, 24, 7. Denn, es ist so, Kletchof Glanz hat ja einen neuen Update bekommen, wo eine neue Insel dazugekommen ist. Wo ist die Tarnung da? Und dadurch wird, wenn der Mod-APK sich auch noch, wenn der Mod-APK jetzt auch noch die zweite Insel dazugekommen, dann ist es ja perfekt. Deswegen werde ich jetzt warten oder nach einem neuen Server suchen, die die Option jetzt hinzugefügt haben. Dann ist es perfekt Leute. Und dann fahre die Moments ab. Ciao, Fails, Ace, alles mögliche, nur in Rainbow. Spaß dich alle. Anfange ich Moments und Fails, arbeite ich gut. Wow. Letzter verbleibender Gegner. Okay, Hauptsache, hat er hinbekommen. Leute, an den neuen Momenten und alles mögliche, arbeite ich wieder. Ja, okay, ja, das hat er recht. Rauschmeißen von Blackboard-Outside ist das richtig. Weil er ist jetzt Feuer und Rauch und wirkt dafür, dass die Team nicht mehr den Gegner sehen. Das finde ich ein bisschen schade, dass er es gemacht hat, Leute. Aber Leute, an den Fall lieben wir uns und alles mögliche, arbeite ich wieder. Und es wird krass, Leute. Also Rainbow hat schon ein paar A's, ein paar krasse Sachen, alles schon mal drauf. Es wird, ich sorge dafür, dass es mindestens fünf Minuten wird. Also zehn Minuten wird lange dauern, bis ich die Clips alles habe. Also fünf sorge ich dafür, Leute. Und ich versuche noch, mache noch ein E-Mail auf, wo ihr zum Beispiel auch ein paar Momente fahren, immer ums alle Fails oder wasser an mich schicken könnt. Und das hinzufügen von euren Namen noch da oben in die Ecke schreibe. Jo, darum kümmern wir uns noch. Es wird... Ist der eine auf K? Warum ist Blue Horse auf K? Oh. Ah, nein, der ist nicht auf K. Der hat nur Charakterausfall verpasst, wie man sieht. So, 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 so. So, nein, so, so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so Untertitelung des ZDF, 2020 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 macht hier gleich etwa alles auf ich so schon schluss wenn er so oft schon alles aufmacht das gefällt mir nicht wenn man schon alles aufmacht holt es irgendwo alle leh warum pusht auch glace darf nicht pushen ja die pushen jetzt selber die wissen dass ich hier bin zack die drumherum wirklich schade Wollen die mich jetzt kicken? Oh, der Typ lästig. Ich muss eh bald pushen wegen dem. Entweder schmeißen die mich schon aus oder ich pushe. Und da pushe ich lieber und verreg. Ich hab keinen Bock wieder rausgeschmissen zu werden. Das nervt wirklich Leute. Das nervt tausendmal. Mercury. Ich bin grad mit Mercury, Leute. Ich hab grad den Kaufverkürzen. Also da spinne ich lieber mit Mercury. Ich hab jetzt mal vor den Typ gerade einfach ne Angst einfach. Weil ich will nicht immer verrecken. Einfach das ist ein bisschen... Natürlich schade, wenn man immer jemanden töten muss ohne Grund. So hat er mich nicht getötet, finde ich okay. Zack. Luke noch festmachen. Noch. Dann noch. Und noch. Da. Die Ecke. Lang lang. Rein. Dein. Wenigens. Und dumm sind. Laufen in mir vorbei. Perfekt. 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 Drei gegen fünf schon wieder. Weil der eine alle... Von hier aus könnte ich ihn abschießen, oder? Ah, der ist unterm Tisch. Perfekt. Kaffee. Von hier aus. Zack. 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 Schaffe, der geht's. smoke bei inseln welche jetzt verstehe ich jetzt verstehe ich hier 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 PUSCHNICHT PUSCHNICHT das will ich sehen von wo willst du mich verarschen jäger ich sterbe schade erstmal rein zu nö ich geh erstmal small rein hoffentlich ist es euch Leute gefallen das war's Leute die spürt mal ooo genug Nunc.